So, da sind wir wieder und ich bin heiß wie Frittenfett. Dann fangen wir mal an mit der große Endkampf. Die purpurrote Bestie. Mighty guy! Na dann, auf geht's. Jetzt, Kakashi. Wo ist Naruto? Er war hier, nicht wahr? Naruto wird in einem anderen Ort. Jetzt, bis Naruto zurückkommt, müssen wir so viel Zeit wie wir können. Jetzt, ich nehme das. Von hier aus, die Blüten wird in der Hand. Du hast spirit, ich gebe dir das. Aber das ist alles, was du hast. Jo, dat kann mal werden. Ähm. Los geht's. Wow. Hahaha, wieder renst, ey. If that's where my path leads, then I'll keep charging forward, even if you think of a chance of death. That's what kind of man might die is. Gate of shot! Open it! Oh, you! Interesting. Interesting. Hahaha. Hahaha. Oh. Scheiße. Das ist der Fall. Darf ich jetzt nochmal was machen, ey? Wir sind nicht fertig. Ich werde es nicht fertig sein. Willst du wegschrauben? Du hast es sichergestellt. Luftwolle attacks wie das nie werden. Jetzt noch ein bisschen mehr. Das ist doch ein bisschen besser. Siehst du? Du bist ein wenig Persistenz. Hey, Lef, hier ist Sonny. Echt jetzt? Oh man, hey. Aufmerksam. Du noch nicht zu Hause gehen solltest. choose your own path and walk again aus bei t bei tigern jetzt will ich hier oben sagt da ist da jetzt da wird oi da ja das schlechteste ergebnis bisher ja Ha, wenn der aktuellen Me ist aus der Option, dann muss ich einfach den nächsten Me geben. Was spricht er? Es ist Zeit für den Knöbeln Blüten 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 zu sagen. Und sich in den Krimzen Blüten zu transformieren! Kai-sensei, du kannst du nicht öffnen den Garten der Deathen! Nein, du kannst du das nicht machen. Niemand will dich so weit gehen. Du kannst du dein Leben nehmen. Nein, das ist das, was ich will. Kai-sensei! Hat der Zeit wirklich gekommen, Kai-sensei? Erinnerst du, du hast es mir bereits gezeigt. Was? Ich will prove, dass selbst wenn ich nicht benutze Ninn-Jutsu oder Gen-Jutsu, ich kann immer noch ein großartiger Ninja sein. Ha, 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 ha! Ja, das ist ein guter Ziel. Ein guter Ziel wertvolles Ziel. Also, du musst einfach in dein eigen Weg und weitergehen. Du bist so, dass du nur auf dich auf dich schaffst. Kai-sensei, bitte accepte mich! Das Mal, ich werde meine Ninja-Waste blühen, mal und für alle! Meine Mutter hat mir diesen starken Körper gegeben, und mein Vater hat mir die Flamme der Mühre. Ich habe die Schmerz der Verletzung von meinen Freunden bekommen. Also, ich habe die Möglichkeit, zu besuchen, den acten zu beschützen, meinen eigenen Ninja-Way von dir. Ich bin glücklich. Jetzt muss ich es zu beschützen, bis zum Ende. Lee, fahre meine Brücke. Das wird deine letzte. Lass uns. Ja, Herr! Juste, gib es schon. Schau, 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 Schau! das wird interessant legen wir mal los Alter Ich bin hier, wenn es burning with an E-Prinse in Light! Hehehe, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Yes, keep dancing. There's only one thing left to do. Alter. Scheiße. Was ist das? 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 Es ist Izanami, um mich zu realisieren. Ich bin Kabuto, und niemand anderes. Hitachi wollte dich beschädigen, selbst wenn es seine Leben bedeutet. Ich werde nicht seinen Wunsch nicht erfüllen lassen. Und jetzt ist es mein Wunsch auch. Oh! Oh, oh! Oh, oh! also ich bin schwer schwer beeindruckt alter falter machen wir das noch lord orochimaru the jutsu that helped kabuto to change his mind izanami what kind of a jutsu is it it's one of the visual jutsu passed down by the uchiha clan once you get stuck inside it you'll never be able to get free until you change how you think no until you change your heart itself you'll be stuck in the same infinite loop until you accept your mistakes i've been in the wrong for so long i foolishly believed that i could do anything as long as i transformed into something other than myself but then itachi taught me that was a mistake but i was afraid of my own failure so i just kept running away never accepting it still it wasn't something i could accept immediately after going through that loop over and over and over again i i'm perfect don't you see you're nowhere near perfect itachi uchiha i just need to acquire everything undeclust 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 A perfect beat. So then, why? It's no use. No matter what I try, nothing ever changes. It's just like we've fought him before. Suck of these. Suck of these. They were very good. But they didn't use any weapons. That's why this got the same weapon. While I'm in the world, I got the same weapon. But this also got it. And I told you to watch this. Like they'll do their way. That seems fun. Das war's. Ah toll Ey Warum muss ich so versagen? Das gibt's doch nicht. Aber ich werde so viele Mal stehen, wie ich ihn möchte, um dich zu verletzen zu können. Alter, das hat doch noch geklappt. Ich dachte, ich hätte ihn verletzen. Ich habe ihn verletzen. Was habe ich falsch gemacht? Ich dachte, ich war perfekt. Verstehst du nicht? Du bist gar nicht perfekt. Wenn der perfekt mich ist der realen mich, dann ist ein nicht perfekt mich nicht. Also, was bin ich jetzt? Ich bin jetzt. von als ich ein Kind war, als ich wirklich in Frieden fühlte mich. In diesem Moment, in diesem Ort, ich wirklich existiere als Kabuto. Insofern, wie viel meine Appearance ändert, diese Erinnerung wird niemals verändern, und niemand wird mein Name. Ich habe immer das gleiche. Seit dann, ich habe immer Kabuto. Es war so einfach, aber ich konnte es nicht verstehen. Und ich habe mich einfach wieder mit anderen Menschen gegründet. Dann, wenn ich endlich das Gefühl habe, ich bin frei von der Jutsu. Ich sehe. Wunderbar. So. Damit fangen wir dann in der nächsten Folge an. Schaltet wieder ein. Bis denn. Ciao.